Doofix, willkommen in der Hölle. Bewegt sich der Mondnäher, oder? Ich glaube, der kommt langsam näher und irgendwann erfüllt er einfach den ganzen Himmel. Steht da wirklich Mystic Crystal Kings Hot Daughter oder lese ich das nur falsch? Nee, es stimmt echt. Okay, also wir müssen irgendeinen Kristall von der heißen Tochter finden. Die wissen, wie man Leute dazu animiert. Ja, aber ehrlich, ich weiß echt nicht, ob es hier lang geht, aber es ist ganz schön hell. Oder wir sterben jetzt und gehen gerade ins Jenseits. Bereit? Ja. Händchen halten? Ja, aus. Okay, jetzt los ich in VR. Händchen halten, okay. Oh, Doofix, Doofix. Ja, kennst du den? Ist der nett? Doofix, guck mal da. Ey. Okay, okay, warte. Doofix, Doofix, guck mal, hinter dir sind solche Vasen. Guck mal, ob du die irgendwie aufmachst. Ich lenke die irgendwie. Doofix. Ich höre überall Schritte. Hilfe. Komm her. Ich dachte, die kann man nehmen. Warum nehme ich die nicht? Du musst, Trigger, Trigger, Trigger. Doofix, du wirst gerade die ganze Zeit gebraucht. Au, ey, dein Typ hat mich getauntet. Komm, dem haue ich die Fresse weg. Ich habe einen Bogen. Ich habe einen Bogen. Doofix. Ja, ja, ich habe es. Papa. Alter, guter Schuss. Durch den Kopf. Danke. Immer weniger gut. Komm her, Junge. Wo ist der andere? Ist der schon weg? Ja, den habe ich gefristet. Kann der mal stillhalten? Ja, komm, komm, komm. Ich erd... Oh, der war schön, der Schuss. Guck mal, der kleine Süße. Oh, er pariert. Hast du... Guck mal, der kleine und süße... Oh Gott, ist der hässlich. Der kleine und süße ist erst mal ein Pfeil in den Kopf. Okay, warte, und jetzt. Ah, lass mich an mich ran. Au, der haut mich... Alter, der haut mir die Knie weg. Okay, das hast du verdient. Den Arm wollte ich nehmen. High five. Hallo. Alter, ist das... Nimm mir das Gold. Okay, warte mal. Ich verprügel jetzt den Goblin mit dem... Goblin. Au, hast du es gehört? Alter, slap ihn. Komm her. Komm, den kriege ich... Green Goblin. Ich habe ihm den Kopf abgeschlagen. Ich habe ihm den Kopf damit abgeschlagen. Warte, komm, 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 warte. Jetzt. Hab ihn. Ich weiß, ich lebe da noch. Der zappelt ein bisschen, oder? Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Uh, ich bin ein böses Skelett, du Fix. Ich bin ein... Ist er noch? Lebt er noch? Ich weiß es nicht. Ich lasse ihn mal los. Ich glaube, der hält das Teil noch fest. Warte. Jetzt ist er so gut. Sicher? Safe. Nein, er lebt noch. Ich hätte einen Doppeltap machen sollen. Oh, der hat noch ganz wenig HP. Ja, komm. Ja, komm, Junge. Er kniet vor dir. Willst du ihm einen Todesschuss? Komm, ich halte hoch und du schießt mit einem Pfeil rein. Okay, okay, warte. Oh, das war wunderschön, Junge. Oh, jetzt fliegt hier ein blaues Feuer von uns weg. Du brauchst ein bisschen mehr Umgebungswahrnehmung, Junge. Was? 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 Töte es. Töte es, bevor es reinherlegt. Dauerfeuer. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, Doppel. Wo ist mein Schild? Wo ist mein Schild? Ah, der ist mein Schild. Was? Ah, der kommt jetzt auf mich, du Loser. Warum sie hackst du es auf mich? Warte, das ist ein Fall für meinen. Messer. Stech's ab, Junge, stech's ab. Ich glaube, er ist tot. Ich habe irgendwas umgeworfen bei mir im Zimmer, aber das war es wert. Okay, du Fix, wir wissen jetzt, dass es Kisten gibt, die einen versuchen zu fisten, okay? Kisten, die fisten. Ist notiert. Heilige Scheiße, ich habe mich gerade ein bisschen eingekackt dabei. Ja, was denkst du, warum ich hier in einem Pfütze stehe? Ich halte ihn fest und du, ich mache den anderen fertig währenddessen. Ich nehme ihn als Rüstung. Du versuchst einen zu fisten. Los, komm. Willst du deinen Kollegen hauen? Oh, komm. Was? 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 Alter. Ich packe den bei dir auch so rum. Ja, weil er noch lebt, glaube ich. Ja, der lebt. Ich würde auch sagen, der lebt. Für ein Skelett ist der ziemlicher Klick. Okay, warte mal, jetzt. Was ist denn Abend noch los? Oh, ich würde so kotzen, wenn ich dir... Oh, warte, jetzt habe ich nicht... Oh, jetzt habe ich nicht still. Ich glaube, ich muss meine Waffe bei Gelegenheit wechseln auf die Treffnicks. Okay. Schaffst du's? Ich verprügeln mit seinem Kopf. Okay, Leute. Oh, hast du das gesehen? Oh, wenn der kommt. Den hol ich, den hol ich. Bonk. Scheiße. Okay. Oh, ho, 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 ho. Es ist doof, wenn man den Kolben greift, dass du den immer ganz oben direkt... Siehst du, wenn ich den so in die Hand nehme? Dann greife ich den hier und ich muss dann immer erst so, weißt du, ein bisschen das Teil scharf machen, sozusagen. Ja, ich verstehe. Oh, guck dir den mal an, du Fix. Oh. Hast du mir den gerade weggeschossen? Ich habe nicht mal geschossen. Guck mal, der zappelt immer noch. Ich habe nicht mal geschossen, ich habe den Pfeil hervorgeholt. Der zappelt immer noch. Ja, das habe ich so eine richtige Fred-Feuer-Stein-Keule. Ich will, ich will, ich will. Bonk. Au. Bonk. Ah ja, du Fix. Ähm, eindeutig haben wir den richtigen Weg gewählt. Das heißt, wir müssen, müssen wir jetzt... Bonk, Bonk. Wie die Friedenarbeiter früher. Ja, die hatten auch nur Knüppel. Bonk. Bonk, Bonk. Bonk. Das sieht so los, wie er so Fred-Feuer-Stein... Bonk, Bonk. Bonk, Bonk. Das sieht so lustig aus, einfach so Bonk, Bonk. Das ist ein richtiger Primat, oh ne. Ich so wie Fred-Feuer-Stein. Warte mal, ich habe nicht mehr viel AP. Oh, was für ein Wunder. Ist das jetzt jedes Mal so? Wahrscheinlich sind... Haben wir einfach nur die Arschkarte. Okay, der kommt sogar durch mein Schild durch. Oh, ich bin gleich durch. Mach weg, mach weg, mach weg. Mach weg. Er ist gleich tot, er ist gleich tot. Schieß ab, schieß ab, oh Gott. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Weiche von mir, Dämon. Weiche von mir, Dämon. Er ist tot. Oh, ich habe Leben bekommen. Willst du den Bonken? Bonk, Bonk und Bonk und Bonk und Bonk und Bonk. Mach mal das, um ihr Leben. Du triffst einmal doch nicht richtig. Bonk, Bonk, Bonk. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Oh Gott, ey. Das hört sich einfach an wie eine wütende Krähe. Wie dumm das ist. Wie oft ich dem in den Kopf schieße. Und er stirbt einfach nicht. Ich weiß, ob er untot ist, ne? Ist ja unglaublich. Duffix wütend. Will essen. Oh, guck mal. Duffix, jetzt bin ich doppelt bewaffnet. Das ist gut. Damit gebe ich jetzt niemanden auf die Fresse, Junge. Ah, guck mal, das ist so ein Schlabberdinger, den kriegen wir. Fünf. Okay. Duffix, jetzt muss meine Waffe aber echt gut halten. Duffix, und du musst hart Bonken, okay? Bonk, 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 Bonk. Ich bin die Bonk-Maschine, Bonk, Bonk. Alter, du bist die Bonk-Maschine und ich bin wahrscheinlich so unfähig mit dem Ding hier. Oh, ultimativer Bonk. Oh, ich drücke mir mal die Arten. Alter, das gibt's doch nicht. Wo sind Gegner? Wo sind die Gegner? Warte. Okay. Ich hab hier was, ich hab hier was. Mach auf. Oh, das ist schön. Jetzt wissen sie, dass wir kommen. Mr. Skelett, sie wurden hiermit für schuldig befunden. Ich glaub, der ist tot. Der hat schon keine Arme und nur noch ein Bein gehabt. Ich muss mal gucken, kann ich das irgendwie... Au! Alter, du brichst von meinem Manicke noch das Handgelenk hier. Du musst immer dran denken, deinen Bonk auch zu sauber zu halten. Ja, danke. Tschüss. Ich will doch nur helfen. Stopp, hör auf auf ihn zu schießen. Hör auf zu schießen. Bonk. Bonk. So, und jetzt. Bonk, Bonk, Bonk. Das ist Hochverrat. Und... Finish, Bonk. Willst du ihm die letzte Ehre erweisen? Ich glaub, er ist schon tot, weil er was gejobbt hat. Und das sieht richtig gut aus. Ja, gern dir. Warte. Alter. So musst du es machen, so richtig... Er will nicht. So. Er will nicht. Er will nicht. Hältst du vielleicht den Kopf zu fest? Oh, ich glaub, wir haben uns gerade... Warte. Bonk. Bonk. Oh, nein. Egal. Nein. Wir sind schon von geil. Special Ability reden. Okay. Die Frage ist, wie viele richtige Kisten und wie viele böse Kisten sind hier drin? Und die Frage ist, wie schnell töten uns die bösen Kisten? Ähm... Ja, mach mal deinen Bullet-Dingern. Mach deine Spezialfähigkeit. Ja, dann triggere mal alleine. Und dann sehen wir ja, welche böse sind. Oh, Mann. Was für ein Wunder. Sie ist böse. Oh, die sind alle böse, glaub ich. Ich wette, dass hier keine einzige normale drin ist. Okay, die kommen nicht richtig durch die Tür. Die stecken schlecht. Okay. Ah! Okay. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Eine ist weg. Zwei weg. Na, guck mal, wir kriegen die... Gar nicht nur so schlecht, muss ich zugeben. Okay, warte mal. Kann das sein, dass man diese Kristalle auch so boxen kann? Guck mal, du musst die gar nicht aufheben. Loh. Macht das bei dir auch so Breakdance gerade? Geweiter, ja. Und, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe Kisten irgendwie auch geprügelt. Das ist halt... Ich finde, das ist halt kacke, dass jede Kiste böse ist. Hätten das irgendwie gemixen machen sollen. Willst du mich gerade verarschen? Ey! Haben wir jetzt den ganzen Traum aufgefreut, ohne dass wir eine Kiste hatten? Zwei, ruhig! Ich habe keine Mahner mehr. Doofy, es waren alles böse Kisten. Willst du mich verarschen? Ja, ja. Aber die haben mir wenigstens auch ein bisschen Luft gegeben. Ey, was ist das denn für ein Schild? Das ist keine Bratpfanne oder so. Wie soll man denn hier mit irgendwas... Okay. Ja, danke. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Da, in meinen Bogen. Hast du den oben liegen gelassen, du Hähn? Ja, ja. Alter, hast du eine Armstärke, Junge. Du kletterst, ohne deine Beine zu benutzen. Guck dir den mal an. Doofy, willst du dem Küsschen geben? Willst du dem Küsschen geben? Er lebt immer noch, glaube ich. Oh, guck mal, wie er sich freut. Guck mal, wie er sich freut. Ich glaube, es freut er sich nicht mehr so sehr. Oh, no. O, Skelet. Äh, Doofyx, ich habe hier was. Ich wollte dir eine Überraschung machen. Ey, warte, mach nicht. Oh Gott, ich stecke fest. Ich stecke fest. Ich stecke fest, Doofyx. Ich auch, ich auch. Ich stecke fest und habe einen Gubbel in deinem Bein. Oh Gott. Warte jetzt. Ich muss, ich will, okay, okay, ich helb dir, ich helb dir, ich helb dir. Okay, wir müssen ihn parieren am besten. Okay, jetzt. Oh Gott, auch wenn der einen zuhaut. Komm her, komm her, komm her. Ich zeig dir mein Pilgrim. Bonk, bonk, bonk. Bonk, bonk, einfach ununterbrochen draufbonken. Einfach bonk, 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 bonk. Bonk, 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 bonk. Also das perfekte Fitnessprogramm hier. Bis zum nächsten Mal.